Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 4 Replaycast Nummer 186, nächstes Spiel aus der Rangliste. Wir haben dazu ein Mirror Game dieses Mal, nämlich mit zweimal England und einmal gespielt vom Koreaner Kiwaiyan. Und der Spiel gegen den deutschen Spieler, das hier ist Core. Der streamt auch gelegentlich, aber so wie ich gesehen habe, etwas unregelmäßig. Und ja, die beiden treffen hier in der Grube aufeinander. Beide Seiten England, das heißt beide haben die Möglichkeit Richtung Langbogenschützen zu gehen. Und wir haben damit erstmal einen, ja, gespielten Start mehr oder weniger. Mal sehen, wer sich dafür welche Richtung entscheidet. Wir sehen hier, fleißig Nahrung wird gesammelt. Und oben auch schon ein bisschen Gold bei Kiwaiyan. Und bei Core passiert das ähnlich. In dem Fall Kiwaiyan ein bisschen schneller mit dem Gold. Aber das ist alles noch early game, alles halb so wild. Beide Spieler sind in den Top 100 der Rangliste. Also in den oberen 3 und dann den obersten 100 der Rangliste gesamt. Und spielen, ja, ordentlich fleißig. Also es sind an die 200 Games, die sie glaube ich in dieser Rangliste-Season haben. Für beide mehr oder weniger. Bin mal gespannt, ob wir die beiden auch. Also ich gehe mal stark davon aus. Ich denke, jeder Spieler, der halbwegs oben in der Rangliste mit dabei ist, wird versuchen, sich für die Golden League zu qualifizieren. Dafür bietet das Ding einfach zu viel Preisgeld aus, dass man sich das entgehen lassen könnte. Bin ich mal echt mal gespannt, wen wir da alles kriegen werden. Da gehen ja die Qualifier am kommenden Wochenende los. Also am 11. Februar ist der erste Qualifier für die Golden League. Und wir sehen auf jeden Fall, Speyer klappern die Karte ab. Hinten geht es einmal an den großen Wald für Kor. Dann ist es da auch versorgt für die nächste Zeit. Vorne wird noch Strafweh gesammelt und ein bisschen Gold mit dazu für das Wahrzeichen. Dann währenddessen gab es für Kiwain einen anderen Plan. Er hat zwar Gold gesammelt, aber nutzt das dann auch für die Schubkarre. Hat dann die Mühle auch schon am Start und holt sich das Upgrade früher wieder zu. Das heißt, mehr Tragekapazität und mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Bei Kor hingegen das schnellere Wahrzeichen, die schnellere Ratshalle. Weil Kiwain muss erstmal nochmal 100 Gold oben drauf sammeln. Nahrung hat er fast. Aber beschleunigt dann die Economy. Einfach schneller laufen, ein bisschen mehr sammeln können. Kann jetzt ein bisschen mehr Ressourcen reinholen. Aber hat halt Initialkosten. 150 Gold ist nicht ohne für so einen frühen Verlauf des Spiels. Also die ersten 150 Gold, die gesammelt hat, wurden erstmal ins Upgrade investiert. Aber dafür 50% schneller laufende Dorfbewohner. So, Upgrade ist ready. Die letzten 20 Gold fehlen noch. Währenddessen die Ratshalle macht Fortschritte bei Kor. Sammelt auch kein weiteres Gold, sondern nur Holz und Nahrung. Dann ist die Frage, wie viele Einheiten kriegen wir? Wie viel investiert man ins Early Game? Die Späher reiten auch durch die Gegend. Haben die letzten paar Schafe aufgesammelt, die es noch so zu finden gab. Und dann ist die Map dann mehr oder weniger abgeklappert. Doch ein paar einzelne Schafe findet man immer wieder mal. Aber ich denke, die große Masse sollte bereits weg sein. Mit dessen Kiwain schnappt sie jetzt auch den Waldbäßchen in der Gegend. Der, wo ein bisschen näher ist, den hätte Kor hier auch. Aber Kor hat den ignoriert und geht stattdessen an den Großen eben hinten. Wo man deutlich länger beschäftigt ist, bis man da durch ist. Und Ratshalle wird dann auch auf der anderen Seite hochgezogen. Aber auch hier mit wenig Dorfbewohnern. Zwei und drei Dorfbewohner, die das Wahrzeichen bauen. Wirklich sehr, sehr wenig. Das heißt, man hat Ressourcen für andere Dinge. Kann ja mal gucken im Direktvergleich. 6 zu 6 auf Holz und wird 80 zu 120 momentan. Das wird hier noch ein bisschen hochfahren nach der ersten Abgaberunde. Hängt aber ein bisschen davon ab, auch wann die Ressourcen abgegeben werden. Das Einkommen, das sich hier nach und nach sammelt. Die erste Ratshalle wird trotzdem die von Kor sein. Wie nutzt er das Ding? Wie viele Langbogenschützen kriegen wir? Kriegen wir überhaupt welche? Er hat genügend Holz für Produktionsgebäude. Aber da, wie man sieht, Steine werden gesammelt. Also der Plan ist es, ein weiteres Dorfzentrum hinzustellen. Es kommt trotzdem mal ein Bogenschütze, der sich auf die Reise macht. Währenddessen die Ratshalle hier macht auch ihre Fortschritte Stück für Stück. Ein Bogenschütze kann jetzt nicht wirklich was bewegen. Es gab jetzt auch einen zweiten. Ich meine, die bauen dermaßen schnell. Sieben Sekunden Bräuner, die kann man wirklich in Masse aufs Feld schleudern ohne Probleme. Aber hier kommt dann dieselbe Ratshalle. Das heißt, man kann Bogenschützen als Konter bauen. Trotzdem kohorten der Zeit fast schon genügend Ressourcen gesammelt, um Dorfzentrum zu bauen. Mit dessen Kevayan ist ohne Steine unterwegs. Also er verfolgt diesen Plan nicht. Da gehen also die Richtungen von den beiden ein bisschen auseinander. Kevayan hat trotzdem noch den Schubkarrenvorteil aktuell. Aber wird halt dann Dorfbonen-Technisch zurückfallen, soweit das zweite Dorfzentrum ein Thema ist. Und die Ressourcen sind gleich dafür da. Steine wurden gesammelt, die 350. Da fehlt noch das letzte bisschen Holz. Und dann versucht man sich möglichst an Nahrung irgendwo das Dorfzentrum zu setzen. Also hier wird es zwischen den Rehen sehr wahrscheinlich entstehen. Dass man da dann sofort weiter sammeln kann. Ich glaube, die haben auch noch ein paar Steine geladen gehabt, die Dorfbonen. Und haben die alles abgegeben. Haben wohl alles abgegeben. Da kommt Dorfzentrum Nummer 2. Und damit eben die Wege gehen auseinander. Hier sogar eine Sicherheitspalisade für Kevayan. Und der liegt stattdessen Feld an. Ist für die Engler natürlich nicht sonderlich schwierig. Kostet nicht arg viel Holz und bringt ein besseres Nahrungseinkommen. Also hat schon so seinen Nutzen. Der Speer kassiert ein bisschen Damage, lebt allerdings. Die Bogenschützen wandeln hier rüber. Wir haben 4 zu 2 Bogenschützen. Also mehr auf dem Feld für Kevayan. Sollte also keine Probleme haben, das abzumehren, dass da von Core durch die Gegend läuft. Aber ich meine, für Core ist der Angriff gerade eh nicht so relevant. Denn es läuft ja das Ding hier, das Dorfzentrum kommt. Und von dem möchte er möglichst viel profitieren. Jetzt ist die Frage, was Kevayan hier dann noch vorhat bei dem. Aktuell mehr Holz, mehr Nahrung, keine Steine. Nach wie vor. Seine Ressourcen werden hier komplett, also sein Holz wird komplett in Felder direkt umgesetzt. Setzt da, wie man sieht, ein 4-2-4 an. Hat da noch Platz für zwei letzte Felder. Dann ist das Ding ausgefüllt. Dann wird die Nahrungsversorgung quasi gefestigt. Im Ende dessen hat natürlich Core hier die Rehe, die er noch sammeln kann. Für weitere Nahrung, man hat hier nochmal zwei Schafe abgegeben. So, ist da noch eine Weile beschäftigt. Und hätte dann auch Bärensträucher nebenan. Wobei, die Bärensträucher möchte man nicht unbedingt sammeln, gerade er ist Engländer. Man hat halt wirklich diesen unfassbaren Vorteil auf die Felder. Da lohnt es sich eher die Felder anzulegen. Kosten nicht so viel und bringen mehr Nahrung rein. So, Bogenschützen hier schauen vorbei. Der Wolf nervt mal wieder ein bisschen. Wird dann aber mal kurz weggeschossen. Und vier Bogenschützen gegen vier Bogenschützen. Also Core legt jetzt auch ein bisschen nach. Sollte genügend Feuerpau haben. Man kann ihn vielleicht nur in Dorfbohne anvisieren. Aber wenn Core aufpasst, sollte er den retten können, einladen können. Bevor da Schlimmeres passiert. Dann kurz Konterfeuer. Die Bogenschützen gehen aber nochmal ran. Versuch das Spielchen nochmal. Direkt wieder eingeladen. Nochmal. Man sieht auch, wenn der Volley fliegt. Bogenschütze fliegt. Die Hälfte des Anetpoints. Und jetzt kommt das Feuer auch von der anderen Seite. Die Bogenschützen packen nochmal mit außen. Das gibt den ersten Kill. Die Weinflitz den ersten Bogenschützen. Der Speer kassiert auch ordentlich was. Und damit die ganze Truppe in Rot ist angeschlagen. Dann wird das Wildschirm noch geaggot. Der Hoffnung, dass das den Gegner bekämpft. Aber das gelingt erstmal nicht. Der Wolf, der mischt nochmal mit. Aber man sieht, Bogenschützen leiden dabei. Und tatsächlich, gutes Fokus feier hier auf von Core. Und nimmt die angeschlagenen Bogenschützen alle raus. Und kommt sogar an den letzten noch ein bisschen ran. Also zerlegt mir ab mir die Armee von Kiwayan. Der sammelt Parallel, aber Gold. Und hat einiges an Nahrung jetzt angestaut. Mit eben dieser Felderkonstruktion, die sich angesetzt hat. Das heißt, hier wird es auch ein zweites Dorf zum Beispiel nicht geben. Aber über den Königspalast. Also über das Wahrzeichen selbst. Und damit auch die Retterzeit, die mir dazu kommt. Core hat aktuell kein bisschen Gold. Aber sogar nur Bodyblock mit dem Speer. Um den Bogenschützen aufzuhalten. Um den Kill zu kriegen. Also auch hier tatsächlich. Microt sich da noch rein. Um den Kill zu machen. Dorfbohnen hier laufen mal ein bisschen weg. Die Frage ist dann, wo kommt das Wahrzeichen? Gutes Defensiv-Wahrzeichen könnte man theoretisch auch bauen. Aber es ist eh unwahrscheinlich. Weil er weiß ja, der Gegner hat ein zweites Dorf. Sondern dann braucht man eigentlich auch eins, um das zu kompensieren. Da sieht man auch. Königspalast ist unterwegs hinten drin. Am großen Wald. Dauert noch, bis der fertig wird. Und in der Zeit kann Core weitere Ressourcen sammeln. Ist inzwischen sieben Dorfbohnen vorne. Dorfbohnen hier wandern jetzt auch zurück. Die Langbogenschützen umkreisen. Das ist ein bisschen die Basis. Das sind jetzt auch ein Stall, weil man eine Contein hat, gegen die Langbögen braucht. Acht Stück auf dem Feld. Bei dessen Schubkarre gab es nach wie vor nicht bei Core. Aber es sammelt immer noch mehr Ressourcen hier. Kasan wird mit aufgestellt. Nahrung sammelt sie jetzt auch mehr und mehr. Um die Merzidgold wird auch wieder abgebaut. Das heißt, auch hier kommt dann die Ritterzeit früher oder später. Mit dessen die Langbogenschützen wollen noch ein bisschen mehr. Auch die würden gerne irgendwo Kills mitnehmen, wenn möglich. Gerade hinten, wo das Wart sein und nicht ganz fertig ist. Da geht noch was. Der Speer muss auch aufpassen, dass der nicht gesnipet wird. Da geht es aber in der Fokus auf die Dorfbohnen. Und ein Dorfbohnen-Kill gemacht. Nächste Dorfbohnen-Kill. Merz aufbauen, Warten reingeschriebenen Königsblatt schneller fertigzustellen. Aber trotzdem, das gibt einige Kills hier gerade. Dritter Kill passiert bereits. Und einen vierten wird es wahrscheinlich auch noch geben. Ja, vierter Kill. Den Speer kann man theoretisch auch noch mitnehmen. Wenn Cora kurz umbrennt. Aber nein, darauf achtet nicht. Möchte lieber seine Bogenschützen retten. Nicht, dass die in eine gefährliche Position kommen. Jetzt hat er die Ritterzeit gegen sich. Das können auch direkte Ritter gebaut werden. Das passiert auch. Aber der Wirtschaftsunterschied ist mega deutlich. Für 9 Minuten 30 zu 43. Das ist einiges, was Kiwaiyan hier erstmal irgendwie aufholt. Weil er bisher kann es gar nicht aufholt. Und er hat selber jetzt nur zwei Dorfbohnen drin. Also er kann es quasi gleich ziehen. Aber er wird die Zahlen normalerweise nicht aufholt. Und das Landkor weiter konstant Dorfbohnen baut. Dafür kommt jetzt ein Kloser. Also damit versucht man ein bisschen Wirtschaft zu kompensieren. Indem man sich Reliquien und geweihte Städten holt. Davon gibt es ja auch ein bisschen was. Wobei auch hier Kor bereits unterwegs versucht eine Palisade zu setzen. Würde damit eine geweihte Städte und eine Reliquie blocken. Hier wandert noch ein Sperrkämpfer mit. Da laden die Dorfbohnen raus an die Goldader. Und hier wird noch ein bisschen am Gold belagert. Darum geht es nämlich runter an die Große. Der Ritter ist draußen. Solange er nicht auf Sperrkämpfer trifft, ist für den eigentlich alles ganz entspannt. Der kann selber wahrscheinlich noch ein paar Kills an den Dorfbohnen hier finden. Sollte keine Herausforderung sein für den. Und Kor fängt jetzt selber mit seinem Königsplatz. Dann ist er wieder aber in Sachen Dorfzyndrom eins weiter als der Gegner. Also könnte dann nochmal mehr Dorfbohnen bauen. Man sieht die Palisade hier. Macht Fortschritt in verschiedene Richtungen. Der Ritter greift jetzt an und versucht das Projekt zu stoppen. Wenn das in der Mitte ist, soll es auch nochmal eine geben. Also viele Palisaden geplant. Der Ritter ist ein bisschen zu faul. Der klärt nicht den Rest der Dorfbohnen. Das heißt, die Palisade wächst weiterhin. Da kommen noch mehr Dorfbohnen nach vorne, um da weiterzumachen. Und ein Ritter rennt jetzt hier also durch die Gegend. Hat jetzt bis zu den ersten Kill gemacht. Wenn das nicht hier wird, immer noch belagert. Wie man sieht, da wurden auch Pfähle hingestellt, damit die Ritter gar nicht so einfach drauflaufen können. Somit das Berger bei der Lager. Das wird Stück für Stück zerstört. Der Ritter kommt jetzt hier an. Es sieht auch, okay, da ist ebenfalls der Königsplatz unterwegs. Da rennen ein paar Sperrkämpfe hinterher. Sperrkämpfe sind auf Stufe 2. Der Ritter alleine kann da nicht so viel bewegen. Und hier die Palisade halt wirklich unterwegs. Da kommen noch mehr Dorfbohnen mit anfangen. Geweihen. Aber die Palisade wird gerade Stück für Stück fertiggestellt. Also die wird komplett fertig gebaut. Aber es ist gerade hauptsächlich Gold wegsammeln an der ganzen Ecke. Da sind die Palisade ebenfalls bereits geschossen. Also Korr schnappt sich hier so seine Ecke der Karte. Wenn er da oben noch eine Palisade zieht, kann er sich nochmal zwei Reliquien quasi wegbunkern. Wie sieht es hier aus mit dem Klostersbautenmönch? Da gab es ein weiteres Set an Feldern. Und die Torfbohnenanzahl steigt und steigt und steigt. Was macht der Ritter hier noch so? Der nimmt einen Kill an dem Langbogenschützen mit. Trifft aber dann wieder auf Sperrkämpfe, gegen die er gar keinen Bock hat. Da kommt dann eventuell auch gleich das Militär mehr dazu. Ne, das macht gerade Ärger noch an der Ratshalle. Hauptsache, man geht dem Gegner auf den Keks. Da ist noch ein Sperrkämpfer, der sich kurz mit einmischen kann. Das heißt, der Ritter verliert noch mal mehr Headpoints. Und der muss aufpassen, weil der muss hier gleich rechten an den Langbögen vorbei. Und hat halt nicht mehr viele HP. Also wird etwas ungemütlich eventuell. Holzpalisade ist jetzt nicht so spektakulär. Kommt da an Außenposten für alle Fälle. Wenn das denn hier Reliquie wird aufgesammelt. Wolf knabbert zwar dran rum, aber der Mönch sollte das schaffen. Und wann... Ja. Kommt da die Sammlung von Choy jetzt, sieht das in den Bogenschützen mit zusammen. Da hat er die Sperrkämpfe jetzt auch mit rüber geschickt. Der dritte Palisade, der sich noch nicht gebaut wird, jetzt erstmal den Kill hier haben. Hat immer noch deutlich mehr Bogenschützen gerade am Start. Aber die Ritteranzahl wächst. Die Sperrkämpfer müssen also hier mit aushelfen. Die Ritter stürmen erstmal an die Sperrkämpfer ein bisschen weiter hinten. Trotzdem, allein ist halt mega angeschlagen. 36 HP. Attack Speed Bonus ist mit dabei. Das Netz aus Burgen hilft mit aus. Wir sind jetzt Ritterzeit gegen Ritterzeit. Wirtschaftlich halt 45 zu 59. Da sind wir noch deutlich massiver unterwegs. Jetzt eben auch wieder mit dem zusätzlichen Dorf. Sondern man sieht, die Ritter schlagen es jetzt allerdings durch. Die Sperrkämpfer versuchen ihr Bestes. Ihr Bestes ist aber nicht genug. Es ist zu wenig Damage. Die Langbögen wurden auch nachproduziert aus der Ratshalle. Reinforcements für Korps brauchen deutlich länger. Da kommen jetzt eigene Ritter. Aber wie man sieht, er hat den ersten Kampf bereits verloren. Und das ist auch eine Unterzahl, was die Ritter betrifft. Also er kann sich hier nicht durchsetzen. Muss da einmal zurück. Der Kewain hält das endlich und hat damit wieder Zugang zu seiner Goldader. Und ein bisschen mehr Ruhe an dieser Ecke seiner Basis. Da kommt dann auch die nächste Reliktion wieder zu. Wenn das denn hier Königsblasbaut einfach ist. Es gab noch kein Kloster auf der Seite von Korps. Stattdessen waren hier ein paar Felder angeplant. Da wurden Satzfelder gebaut. Dass da mehr Nahrung mit rankommt. Und beide bauen Ritter. Da oben noch mal. Okay, sammelt hier oben sogar noch die Bärensteuerung und dann auch die Rehe. Also das ist ein schöner Kombispot dafür, dass sich die Bärensteuer lässt erstmal in Ruhe. Dessen Goldader hat auch schon ein bisschen was verloren. Die ersten 1000 einer Goldsten runtergesammelt. Schmiede mit dabei für Fahnenkampfrüstung. Und der Dorfbohrenanzahl 66 zu 50. Also im 15. Vorsprung. Klar, zwei Reliquien gesammelt. Mehr München noch in Produktion. Aber was kompensiert eine Reliquie? Seitdem sie nochmal genervt wurden auf 80 Gold pro Minute. Nicht mehr ganz so relevant. Außer man kann sich ja wirklich alle sichern. Dann ist ja schon einiges. Da haben jetzt das Kloster am Start für Korps. Dabei sich auch mit den Palisaden. Und wenn er die Palisaden und Truppe bekommt, kann er sich easy drei Reliquien sichern. Aber die Palisade ist gerade ein bisschen mutiger, weil da stehen schon feindliche Einheiten. Und da kommen gerade auch die Mönche angelaufen. Wie sieht es mit Begleitschutz aus? Da laufen die Ritter auch mit durch. Also da könnte es ein bisschen Konfrontation geben. Hier wird doch die Palisade durchgearbeitet mit den Rittern. Schubkarre kommt jetzt für Korps. Also wirklich zehn Minuten spät oder so als beim Gegner. Sogar ein bisschen mehr. So, der Mönch kann abgefangen werden. Der dreht auch gerade schon selber um. Also man sagt, okay, hier ist Urga im Verzug. Läuft also nochmal weg. Die Dorfbwohner kommen... Also wirklich viele Dorfbwohner kommen ja auch angelaufen. Einfach um diese Palisade möglichst schnell durchzuziehen. Während dessen in der Mitte gibt es die Backup-Palisade. Also selbst wenn die Ritter die erste Reihe geschafft hätten, gibt es eine zweite Reihe. Die Palisade wurden in verschiedenen Ecken gestartet. Da kommen die Ritter mit reingechartert. Da gibt es einen weiteren Dorfbwohnerkill. Und nochmal einen. Die versuchen jetzt zu fliehen. Da kommen die eigenen Ritter mit dazu. Ne, versuchen dann doch die Palisade irgendwie zu bauen. Damit Ritter versus Ritter. Wir sind bei 9 zu 9. Aber Heilung mit dabei auf der Seite von Kiwaiyan. Also seine Ritter werden hochgehalten. Da kommt dann Sperrkämpfer mit dazu. Wie viel macht der mit aus? Da von der anderen Seite sind die Bogenschützen mit dabei. Einfach gerade ein Handgaming in der Einheit. Die Palisade wird währenddessen noch ein bisschen weiter gebaut. Aber kann, so wie es gerade August sieht, nicht abgeschlossen werden. Erstmal der Rückzüge gerade vom Chor angesagt. Kann da nichts weiter tun. Braucht weitere Reinforcen. Es werden weitere Ritter gebaut. Wenn das die Bogenschützen stammen, dann haben sie noch den Dorfbwohner, der als letzter noch an der Palisade arbeitet. Der hat ein gutes Stück davon weitergestellt. Aber am Ende ist das Ding nicht geschlossen. Die Palisade ist immer noch offen. Hier wurde eine der Redkirn eingesammelt für Chor. Damit haben wir da einen Stand von 2 zu 1. Aber da ist die Eskorte, um sich eben weiteres zu sichern für Kiwaiyan. Damit hat er seine eigene Dritte und kann dann die Geweihte Städte auch einnehmen. Dessen von Chor sehen wir auch mehr und mehr. Also er braucht nur Ritter, voller Monobatteln. Wenn das ein Kiwaiyan setzt, die ersten Armbruchsschützen ein. Braucht eine Konterwaffe oder will eine Konterwaffe haben. Hier in der Mühle wird Stück für Stück runtergesammelt. Dorfbwohner Anzahl jetzt 70 zu 62. Also das hat Kiwaiyan auch aufgeholt durch die paar Kills, die er da vorne gemacht hat. Das sind 9 zu 5 in Dorfbwohner Kills. Die Heilung des Münchers hilft auch hier noch ein bisschen für die Ritter. Die laufen aber dann lieber wieder weg. So große Goldartner-Zustand. 5.500 Gold sind noch da. Weitere Außenposten kommen da mit dazu. Wenn das nicht hier sammelt, dann sammelt man auch noch Nahrung. Und da gibt es die Gegenpalisade. Also beide Seiten wollen die entsprechenden geweihten Städte kontrollieren. Lustigerweise eben hier hat Chor beide Palisaden. Zweistufig. Immer abwarten, was dann hier noch mit angesetzt wird. Wir haben jetzt nämlich immer noch nur Ritter. Also Chor spielt ausschließlich Ritter gerade. Und seine zwei München sind mit dabei. Aber wie man sieht, es wird nur Ritter produziert. Auf der anderen Seite werden es halt mehr und mehr Armbruchschützen. Ein paar Ritter sind auch mit dabei. Gut, viele Ritter. Zehn Stück zu 16 aktuell. Und die Palisade kann auch gestoppt werden. Der Dorfbwohner kann das starten. Aber es sollte das beim besten Willen nicht weiterkriegen bei so vielen Ritten in der Gegend. Und das sind hier kommen wir in ein paar Dorfbwohner in Orange angelaufen. Ein weiteres Mal versucht, diese Palisade weiterzubauen. Da sind noch ein paar Armbruchschützen draußen auf dem Feld ohne Support. Die müssen dann doch aufpassen. Das heißt, die Palisade hier in Orange wird geschlossen. Die Armbruchschützen haben Probleme, werden verfolgt, werden zu schlagen. Weil die restliche Truppe hat sich um die Palisade erstmal gekümmert. Hat das aufgemacht. Aber dafür eben ein paar Einheiten verloren. Und den Dorfbwohner, wenn das in die Palisade ist, sollte es dieses Mal schaffen. Außenposten ja auch mit dabei für Chor. Dorfbwohner 1077, also das wächst und wächst und wächst. Eigentlich sollte Chor immer noch in der Lage sein, schneller Dorfbwohner zu bauen. Hat immer noch eins mehr als sein Gegner. Oh, Palisade fehlt tatsächlich noch der letzte Abschnitt. Jetzt wird er gebaut. Und die Erne sind bereits dran, um das zu stoppen. Um das direkt wieder aufzumachen. 22 Sekretär zu 11, aber halt 8 Armbruchschützen mit dabei. Ein paar Bogenschützen auch mit am Start. Chors Plan, wirklich massenhafte Ritter zu spielen. Die haben keiner mehr abgezielt. Und man auch sieht, Schmiede hat sich gar nichts getan. Währenddessen Pfandkampfschaden, Pfandkampfrüstung für Kiwaiyan mit dabei. Die Palisade ist offensichtlich jetzt nochmal, wird eine Palisade reingequetscht, dass man die Gewalt der Städte blockt. Ja, das ist ein D hier, ist inzwischen in Orange aktiv. Wir haben 3 zu 2 Reliquien, also Reliquien sind jetzt auch alle verräumt. Mit kleineren Vorteil für Kiwaiyan. Ja, das ist ein Gewalt der Städte, aber auch einen kleineren Vorteil. Also da kriegt er insgesamt mehr Gold passiv raus. Und Dorfbwohner hat aber immer noch das Nachsehen. Man sieht auch hier der Interesse an der großen Goldader. Im Ende sind die Goldader zur Hälfte bald aufgebraucht. Und das Ding soll jetzt übernommen werden. Aber da redet die Armee noch ein Wörtchen mit. Die ist direkt in der Gegend. 13 redet jetzt zu 26. Und immer noch mehr Ritter unterwegs. Also korrekt ich mir eine Horde an Rittern, die da jetzt auch reinchargen wollen. Da geht es tatsächlich die nächste Schlacht. Und da will man auch ran an die Pfandkampf. Man muss die Armutsschützen auch möglichst schnell stoppen. Oder zumindest am Angreifen hindern, dass das irgendwie besser wird. Ansonsten der Pfandkampfschaden, der nervt und der wird in der Schlacht einiges auswirken. Aktuell sind die Kriter zu 13. Und hier werden Reinforcements ein bisschen angerannt von den Rittern, die da noch übrig sind. Die Armutsschützen im Oben kriegen auch Probleme. Das sieht tatsächlich recht gut aus hier für Kor. Hat die Masse, die er gebraucht hat, um sie durchzusetzen. Wir zählen auch einige Ritter. Aber kann die gesamte Armee von Kiwain hier zuschlagen. Und damit die Position wieder zubauen und die Gewalt der Städte zurückerobern. Kann auch auf Attack übersteigen. Hier kommen dann Reinforcements mit nochmal mehr Armutsschützen. Nochmal mit mehr Rittern. Und natürlich der Attack-Speed-Bonus ist dann hier mit dabei. Das Netz ausburgen, wird sich mit melden in so einem Kampf. Und die Rittern alle noch ein bisschen angekratzt. Wie gut wird das für Kor in der zweiten Runde? Will da weiter draufhalten. Das Tempo gerade noch nutzen, weil eben der Gegner einiges verloren hat. Versucht das Militär noch weiter zu nutzen, um mehr Stress zu machen. Das Dorfdruck ist ein bisschen befüllt, aber nicht wirklich viel. Die Armutsschützen können sich da hinten theoretisch auch noch verstecken, wenn es wirklich Probleme mit den Rittern haben. Nein, stattdessen will man natürlich mehr Damage aufmachen. Gelingt mir nicht ganz. Dorfbrunnen fallen jetzt ebenfalls ein paar. Jetzt hat Kiwain hier Schwierigkeiten. Trägt er das mit Reinforcements in den Griff. Das Dorfdruck ballert fleißig. Die Dorfdruck packen auch ein bisschen die Bögen aus. Die Dorfdruck packen die Bögen aus. Die Ritter wollen mit immer noch einheiten aus den Reinforcements ab. Alles, was frisch gebaut wird, direkt zu schlagen. Es sind viele angeschlagene Ritter dabei, aber es fehlte zu der letzte Angriff, um den Kill wirklich zu machen. Das heißt, wir keilen wirklich großes Problem hier an seinem Dorfzentrum. Meitere Reinforcements für Kors sind unterwegs. Wie man sieht, noch mehr Ritter, ein Fall. Er spielt wirklich nur Ritter, denn seine Mönche hat er auch nicht mehr. Jetzt kommt er sich Waffenknähte. Jetzt gibt es mal einen kleineren Wechsel auf was anderes, aber auch schwer gepanzert. Jetzt kommen aber auch mehr Sperrkämpfe für Kiwain. Einfach irgendwas, um diese Ritter in den Griff zu kriegen. Armbachschützen, Sperrkämpfer. Und eben, wenn man dann um Waffenknähte wechselt, können die Sperrkämpfer nicht mehr so viel tun. Aber die Ritter müssen erst mal weg. Das ist noch das Hauptproblem, das Kiwain hier eben gerade hat. Noch mehr Dorfbrunner verloren. 12 zu 24 Kills inzwischen auf den Dorfbrunnern. Und wir sind bei 67 zu 93 und auch viel einquartiert von Kiwain. Es geht trotzdem noch Dorfbrunnern in Gefahr. Man sieht bis hier hinten kamen die Ritter, haben Dorfbrunnern mitgenommen. Auch hier jagt man immer noch, versucht mehr Schaden an der gegnerischen Economie zu machen und macht da auch immer noch. 28 Kills. Es ist nochmal vier weitere Dorfbrunner, fünf weitere Dorfbrunner, die gefallen sind. Immer noch die Reinforcements, die zu schlagen werden. Aber die letzten paar Ritter, das sollte es hier dann wissen, der nächste Trupp kommt gerade. Stück für Stück angelaufen. So Tröpfel zu einzeln rein. Aber das sollte Kiwain überleben. Problem ist, er ist mega angeschlagen dadurch. Seine Economy hat wirklich um einiges schwächer. Sein Militär erst gleicht das gerade ein bisschen aus, weil womit halt Kor einfach mit seinen ganzen Reinforcements komplett hier reinläuft. Und da, wie man sieht, stirbt das dann doch schneller und schneller weg. Die einzelnen Ritter haben dann doch Probleme gegen die Sperrkampfer, die ganzen Feinde, die trotzdem noch fliegen. Aber die Wirtschaft von Kiwain, die ist gerade sein großes Sorgenkind. Da hat er einiges verloren und auch einiges untätig. Das heißt, das muss alles wieder vernünftig organisiert werden. Mit der Sniere wird an der Palisade gearbeitet. Die wurde tatsächlich noch irgendwie ein kleines bisschen wieder gebaut. Dafür hier jetzt Rückzug. Man sieht, die ersten Waffenknechte sind mit drin. Die Ritter sammeln sie aber noch. Es gibt immer noch mehr Ritter. Es hat ein Elf Ritter gebaucht von Kor. Er pumpt nichts anderes außer Ritter. Mit denen will er weiter draufhalten. Wenn es das abgeht, für die Sperrkämpfer kommt noch. Und auch ein Nahkampfschaden-Upgrade, dass man ein bisschen mehr machen kann als Kiwain. Als Sperrkämpfer gegen die Ritter sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Man sieht das auch. Die Ritter müssen das respektieren. Es sind nicht wirklich große Waffenknechte mit dabei. Also sie spielen keine große Rolle in der Schlacht. Und somit ziehen sich die Ritter lieber zurück. Weil sie merken, das gelingt so erstmal nicht. Und jetzt kann man auch die Palisade noch ein bisschen ausnutzen. Mit den Pfandkämpfern, mit den Armbruchschützen. Also die Ritter wollen hier wirklich weiter kämpfen. Gegen Sperrkämpfer, gegen Armbruchschützen. Ist auf beiden Seiten nicht mega viel vorhanden. Aber der Pfandkampfschaden, jetzt wirkt es sich doch mal aus. Die Sperrkämpfer haben wir gar nicht noch abgekriegt. Wir kommen ein bisschen, kommen noch welche übrig. Die Ritter arbeiten sich trotzdem. Einheit um Einheit wirklich voran. Da kommt dann ein Außenboss, wenn man den Tag-Speed-Bonus mit dabei hat. Für Kor. Der Nächste ist auch ein Megalaut, die Armbruchschützen. Jetzt kiden sie es. Das ist so ein Kiden, dass die Armbruchschützen ein bisschen eher wollen. Relativ wenige Ritter. Und wenn man einen Volleyer aushalt, fällt der Ritter fast tot um. Jetzt kommt die Einnahme der Geweihtenstätte. Hier wurden ein paar Felder angesetzt. Von Kor. Einfach weil er gerade hier auf den Dorfbrunnen. Und es blockt auch freundlicherweise die Palisade, falls die Kiwai noch mal bauen möchte. Das geht so dann erstmal nicht. So hier draußen sieht man ein Feld angelegt. Hier wird ein großes Felderzentrum angelegt. Für noch mehr Nahrungseinkommen. Dass das besser läuft, wenn das ein hat. Kor da auch schon einiges. Viele Felder zerstreut. Die da einfach mehr Nahrung reinbringen. Also jetzt sammelt man nur noch über die Felder. Man sieht, da kommt immer noch mehr Nahrungssersorgung. Muss weiter aufgebaut werden. Ich meine, er hat 108 Dorfbrunnen zu 75. Die Wirtschaft auf beiden Seiten ist die schlecht. Aber die von Kor ist halt schon sehr stark aufgebaut. Sehr weit vorne. Mit immer noch über 30 Dorfbrunnen mehr. Gut durch die ganzen Kills. Nicht verwunderlich. Aber Kiwai hält sich noch in diesem Game. Die Frage ist, was ist sein Nächste? Aber noch hier ist mal ein Außenposten. Also dreht sich gerade viel hier um diese Ecke. Um den Nordwesten. Da geht es dann meistens her. Hier stehen eigentlich die ganze Zeit nur die Palisaden rum. Und keiner tut irgendwie irgendwas. Hier wird immer noch das Gold weggesammelt. Das hält auch noch ein bisschen. Auch da ist eh Ruhe. Wobei hier ist auch eine Rotenstellung mit drin. So, der Außenposten wehrt sich. Ein weiteres Mal geht es durch diese Palisade durch. Auch hier wieder ein Außenposten mit dazu. Auch hier kommt eine Rotenstellung. Dann die Verstärkung des Außenpostens. Das sieht man auch hier. Rotenstellung sorgt für ein paar Dorfbrunnenkills. Auch ein bisschen Nutzen. Die Palisade ist offen. Außenposten das nächste Ziel. Es sind viele Nahkampfe mit dabei, um den Außenposten schnell klein zu kriegen. Das Militär von Corventusen natürlich mehr Ritter. 29 Stück. Baut jetzt aber auch Borgenschützen. Also ist nicht mehr ganz zufrieden mit nur Rittern. Aber er hat halt so viele. Wie man sieht, die paar Ritter hier von Kiwain sehen. Das drehen sofort und denken sich Halleluja. Das wird kein leichter Kampf. Sperrkämpfer warten mit integriert. Es ist das Netz aus Borg mit dabei für Kiwain. Also er hat den Dreckskipponus. Er hat die Sperrkämpfe mit drin. Ist das genug, um diesem Ansturm der Ritter standzuhalten? Den Chor dann weiteres Mal fabriziert. Der hält einfach stumpf drauf. Und die Frontlinie von Kiwain schwächelt. Da wird durchgebrochen. Die Fernkampfer leben noch. Die können sich weiter zurückziehen. Können auch für Enforcements hoffen. Und da kommen auch für Enforcements an, wie man sieht. Weitere Sperrkämpfer treffen ein. Weitere Ambruchsschützen treffen ein. Also die Ritter werden trotzdem noch sehr viel Schaden fressen. Chor will weiter draufhalten. Trifft halt wirklich auf mehrere Außenbossen inzwischen. Da kommt nochmal eine Rotenschellung. Da kommt generell. Da knallt es aus mehreren Seiten raus. Mit den Rotenschellungen gleich. Und das zerlegt Stück für Stück auch die Ritter. Mit diesen Sperrkämpfern, mit den Ambruchsschützen. Es reicht dieses Mal für Kiwain. Er kann die Armee von Chor schlagen. Und kann damit seinen Push direkt wieder weitersetzen. Enforcements von Chor kommen jetzt auch mit an. Jetzt sind es die Bogenschützen. Läuft hier einfach weiter. Geht es halt ein bisschen an der Rückenbogenschütze natürlich, um die Sperrkämpfer möglichst schnell loszuwerden. Dass die Ritter wiederum mehr machen können. Aber die Ambruchsschützen, was hier hinten dran, ist halt schon sehr, sehr eklig. Und damit die Wirtschaft für Chor. Diese 113 Dorfbrunner. Er hat immer noch diesen 30er Vorsprung. Ist in dem Fall tatsächlich nicht mal genug. Er braucht einfach mehr Einheiten. Er baut jetzt selber Ambruchsschützen. Und hat in der Zwischenzeit auch genügend gesammelt, um den Wingard-Palast zu starten. Also da wäre das nächste Zeit unterwegs. Der kommt hier unten. Mitten im Bergfeeder auch zusammen. Also direkt die Kombo hier. Das letzte Wahrzeichen. Und die Bergfeeder mit oben drauf. Trotzdem muss jetzt hier Chor erstmal durchhalten. Weil aktuell ist Kiwayan am Drücker. Er ruft aber auch hier auf einen Außenboss. Gleich mit Rotenstellung. Verstärkter Außenboss noch. Also der hält ein bisschen länger. Das bremst den Push aus. Da kommt das Upgrade noch für die Waffenknechte, dass sie mehr Rüstung haben. Wingard-Palast natürlich bedeutet Wingard-Armeen. Und Kiwayan ist davon. Wobei Gold-Tennis ist ja nicht so weit weg. Er hat 900 Gold gerade. Es ist Nahrungs-Tennis. Er müsste halt mal eine Minute nichts bauen. Alleinheiten. Man hat aber auch die Nahrung recht schnell beisammen. Weil Sinnkamm ist halt ziemlich groß. Man sieht das Engländer mit ihren Feldern in Sachen Nahrung. Chor ist jetzt bei 3000 pro Minute. Und auch Kiwayan-Hack bei 2500 rum. Also da kommt sehr viel Nahrung rein. Aber die beiden bauen auch sehr viele Einheiten gerade weg. Waffenknärte werden produziert. Die fressen ziemlich schnell die Nahrung weg. Aber für Chor ist es gerade ein bisschen auch Zeitschänden. Der Wingard-Palast ist kurz vor der Fertigstellung. Parallel sein Bergfriedhunden. Der wird auch gleich fertig. Da kann er sich eventuell die gewerte Stelle stellen. Gut, die Goldarte ist fast aufgebrocht. Die ist nicht mehr so relevant im Kampf. Aber trotzdem, man kann dann von hier Wingard-Armeen mit reinbringen. Und man bekommt natürlich auch die Meldung. Der Gegner hat die Imperialzeit erreicht. Das ist keine gute Nachricht hier für Kiwayan. Weil er selber schon ein gutes Stück gestiegen in den Ressourcen. Also er kann das eventuell einfach mitziehen, wenn er will. Mal gucken, wofür sich entscheidet. Erstmal gibt es einen weiteren Satz Einheiten. Und hier wird weiter gekämpft. Der Außenposten unterstützt. In dem Fall Chor, aber von der Anzeige auch der Außenposten unterstützt. Kiwayan, auch wenn der Außenposten selber auf das Gebäude schießt. Das Netz aus Bogen ist halt der wichtige Faktor. Und das soll abgewählt werden auf das Netz aus Zitadellen. Also Chor hat er gerne noch mehr Tech-Speed-Bonus über seinen Außenposten. Wieder Ritter mit dabei. Es sind aber noch einige Ambosschützen mit am Start. 19 Ambosschützen treffen auf 8 Ritter. Und die Ritter warten wieder weniger. Die Bogenschützen geben hier möglichst das zu stoppen. Und da kommt es auch der Wingard-Palast. Weil Kiwayan ist in beide Seiten. Geht es in die Imperialzeit. Es ist aber Chor, der dieses Mal die Schlacht gewinnen kann. Und somit Kiwayan wieder zurückschiebt. Also es geht hier wirklich immer auf der gleichen Front hin und her. Wie man sieht, auch da Upgrades. In dem Fall noch das Wichtige, um zu einem Upgrade. Und eine Steinmauer sogar mit dazu. Eine defensive Steinmauer. Also traut sie nicht, die nach vorne zu setzen, so wie vor der geweihten Stelle, sondern dahinter, dass hier einfach nichts durchkommt. Da wird der Außenposten dann auch ein bisschen alleine gelassen. Aber das scheint Chor nicht so wichtig zu sein. Sein Plan dann eher über die Mitte zu gehen. Weil hier hat er sein Bergfried. Hier hat er seine Wingard-Amedie bauen kann. Das heißt, er kann dann von hier aus pushen. Wo kommt der Wingard-Palast von Kiwayan? Da steht er. Also es ist auch schon fertig geworden. Haben sich viele Dorfbäume herangesetzt an das Projekt. Um das möglichst schnell abzuschließen. Chor gerade Bevölkerungskapazität erreicht bei 160. Braucht dringend ein paar Häuser. Hat aber nicht so viel Holz tatsächlich. Daran mangelt es ein wenig. Palisade hier schon ein bisschen angekratzt. Hält aber aktuell noch. Da kommt jetzt die Armee von Kiwayan auch mit runter. Jetzt sind wir bei 105 zu 125 Dorfbewohnern. Auch hier das Wichtige um Zäunen Upgrade. Da kommt die Pfeilsabel für die Bogenschützen. Kanonenschellungen. Wenn das Medite Upgrade ist. Ja für die Ritter natürlich. Und für die Langbogenschützen von Chor. Da geht es durch. Durch die Palisade. Da kommt die erste Wingard-Armee an. Die nächste wird produziert. Das heißt, Außenposten ist nächstes Ziel. 57 KP. Mitten im Triebock macht man da gut was an Arbeit. Und das mit seinen Upgrade hilft natürlich auch für das Golden Kampf. Das heißt, ressourcentechnisch ist Chor für den nächsten Spielverlauf auf jeden Fall gut aufgestellt. Nächste Schlacht soll hier starten. Außenposten, wie man sieht, mit einer Runde Triebockfeuer. Keine Chance. Der andere soll noch abgewertet werden. Das ist der auf die Kanonenschellung. Aber selbst wenn er das Vater bekommt, der wird nicht viel länger leben. Aber ich glaube, das wird nicht mehr fertig. Der fällt zu schnell. Die Kanonenschellung ist noch nicht mal durchgekommen. Das Ding ist schon umgefallen. Und hier wird gekämpft. Aber man kann sich durch den Spiel zurückziehen. Die Bogenschützen. Da sieht man es auch mit Außenposten. Der Attack-Speed-Bonus ist mit dabei. Und aktuell, die Außenposten hier wurden abgerissen. Damit geht es ein bisschen rückerzüglich, bis er seine Attack-Speed-Bonus wieder mit dabei hat. Hatte er schon die abgehörte Variante davon? Ne, er ist noch auf dem Netz aus Burgen. Also die Variante von Chor ist die krassere. Er hat deutlich mehr Attack-Speed-Bonus über seine Außenposten. Und zieht auch den Nächsten mit dran. Er will das jedes Mal mitnehmen. Er will das für den Push mitnehmen. Der Triebock macht hinten so die Arbeit gegen die Gebäude. Ich schiebe auch Produktionsgebäude rum. Die Goldader wird lahmgelegt bei 41 Gold. Da ist nicht mehr viel übrig, das letzte bisschen. Das Nisch ist immer noch Außenposten. Da stehen sich zwei Außenposten gegenüber. Aber ja, jetzt der Punkt ist die Mitte. Eine zentrale Anlaufstelle. Auch hier waren Trieber gebaut über den Bergfried. Tatsächlich einfach, um mehr davon zu haben. Produktionsgebäude waren abgebrannt. Kiwain hat aber trotzdem eine eigene starke Economy, um mehr Armee aufzubauen. Baut Waffenknechte jetzt in Massen. Hat einige Bogenschützen. Das sind hauptsächlich Bogenschützen, gerade bei Kornt. Das nächste Meister dann sind seine Ritter. Die immer noch fleißig verwenden. Bei Biologie-Upgrade fehlt noch. Also da würde sogar noch mehr gehen in Sachen Upgrades. Generell Schmied-Upgrades sind auch nicht auf Vollmaß gepumpt, sondern Fun-Kampf. Wie man sieht, ist der Fokus. Brandpfeile kommt auch noch für Kiwain für mehr Fun-Kampf-Schaden. Und hier Bergfried versucht defensiv mit zu integrieren. Allerdings die Dorfbühne bereits direkt in Gefahr. Die Ritter sind dran und wollen das alles umchargen. Oh Gott, die Ritter räumen einfach durch. Die Dorfbühne durchziehen. Die gesamte Reihe wurde gerade zerstört. Also hier sind Probleme. Die Ritter schlagen sich da durch. Der Bergfried macht kaum noch Fortschritt. Also da sind ein paar Einheiten mit dabei, aber das wird komplett gestoppt, das Break. Und das ist ein hoher Dorfbundeverlust, die auch noch für Kiwain. Das ist richtig eigentlich, wenn so ein Bergfried eben knapp nicht fertig, weil man die ganzen Dorfbunden beifliert. Das ist tatsächlich eine kleine Wende hier. Da wird das für Kiwain gerade schwierig und schwierig, weil man sieht, er kämpft schon an seinem Dorfzindrom. Der Bergfried wäre eine wichtige Unterstützung, aber der fällt gerade auseinander. Die Trieböcke haben sich darum gekümmert und Korr macht immer noch weiter Druck. Man sieht es auch direkt in den Bevölkerungszahlen 120, jetzt ist es 180. Der Korr steht deutlich besser. Da macht es jetzt ein bisschen kontervoll mit dem eigenen Triebock. Aber trotzdem hat er noch große Schwierigkeiten und da crasht immer mein Aoi. Okay, Korrektur, es ist nicht abgeschützt, es ist nur einfach aufgehört. Das kommt gelegentlich vor. Und das Ding wurde von Korr am Ende gewonnen, aber gut, nach den Kills an den Dorfbewohnern. Und die Situation für Kiwain wurde nicht unbedingt besser. Wie man sieht, die Kluft wurde noch größer und Militärer stand da auch nicht sonderlich gut da. Also er ging dann irgendwie raus und passiert das mal ein alter Vierdruck? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das haben wir nicht zum ersten Mal. Das hatte ich schon mal, dass das Ding einfach abrupt aufhört, ohne diesen ihr habt gewonnen, ihr habt verloren irgendwas Anzeige, sondern dass einfach es einen aus dem Repay rauskriegt. Aber gut, das Match war auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt zu Ende. Korr mit seinen ganzen Rittern und dann noch den Bogenschützen dazu. Hat dann natürlich den wirtschaftlichen Vorsprung schon die ganze Zeit, also vom frühen Spielverlauf auch schon. Und hat den eigentlich auch nie abgegeben. Es gab zwischendrin die paar Verluste, wie man sieht. Es wurde dann zwischenzeitlich knapp, aber dann kamen die Verluste für Kiwain nochmal mit dazu. Hat dann aber immer relativ schnell die Imperialzeit auch ausgeglichen. Problem ist halt, er konnte die Kluft nicht überwinden. Mit seinem Bergfeet wäre da wahrscheinlich deutlich mehr drin gewesen. Problem ist halt, dass beim Versuch den Bergfeet zu bauen, ist seine Armee und seine Economy eingebrochen. Und somit hat er da nicht genügend Gegenwehr gehabt. Bisher konnte er das Militär von Korr nicht weit genug reduzieren, um das nochmal halten zu können. Die Kluft war eigentlich ein schönes Hin und Her von den beiden. Aber gut, da war es dann einfach ein Ticken zu viel. Das aus mir, bis zum nächsten Mal und ciao. Das aus mir, bis zum nächsten Mal und ciao.